Liebe Studierende, willkommen zur vierten Videoübung des Semesters mit dem Thema Draht im Kondensator. Die physikalische Situation sieht wie Folthaus. Wir haben mit einem Zylinderkondensator zu tun, das heisst zwei zylindrische Mantel, die konzentrisch sind. Auf der Achse des Zylinders betrachtet man ein Draht und im Draht fließt der Strom I. Um das Problem konkret darzustellen, betrachten wir diese Richtung als die positive Z-Achse Richtung und betrachten wir die Situation vorübergehend, wo der Strom I in diese positive Z-Achse Richtung fließt. Dazu betrachtet man auch eine Punktladung Q und man möchte, dass diese Punktladung Q mit konstanter Geschwindigkeit V im Raum des Zylinderkondensators bewegt. Das heisst, wir möchten, dass diese Ladung Q längs eine Gerade, also parallel zur Z-Achse, im Raum des Kondensators mit dieser konstanter Geschwindigkeit sich bewegt. Und die Frage eigentlich ist, wie lässt sich so eine Situation experimentell feststellen? Was für eine Bedienung muss erfüllt werden? Und hauptsächlich, man kennt von Problemen, man kennt die Ladungsdichte auf dem Mantel des Zylinders. Man weiss, dass auf dem inneren Mantel eine bestimmte Menge von positiven Ladungen haben. Und auf dem äußeren Mantel eine äquivalente Menge von negativen Ladungen. Das ist eben bekannt von Problemen. Aber man kennt auch natürlich alle geometrischen Parameter des Problems, wie zum Beispiel innere und äußere Radius des Zylinders. Aber eben gefragt ist, wie groß muss der Strom I sein und auch in welche Richtung hauptsächlich muss sie fliessen, damit eben so eine Bewegung überhaupt möglich ist. Und hier müssen wir das Problem eigentlich in zwei Teile sozusagen betrachten. Es gibt eine elektrische und eine magnetische Komponent. Tatsächlich, wir wissen, dass wenn wir in einem Kondensator, in diesem spezifischen Fall im Zylinderkondensator, eine bestimmte Menge von Ladungen, positiv im Inneren und negativ im Äußeren, betrachten, dann im Raum des Kondensators entsteht ein elektrisches Feld. Wir wissen aber auch, dass wenn bei einem langen Draht der Strom I im Draht fließt, der Strom I erzeugte bei dem Draht eine magnetische Feldstärke. Das bedeutet, dass diese Punkt Ladung Q erlebte die Anwesenheit in diesem Raum von einem elektrischen und von einem magnetischen Feld. Und wir wissen auch aus der Vorlesung, dass auf diese Punkt Ladung Q werden dann zwei Kräfte wirken. Eine elektrische, die sogenannte Coulomb'sche Kraft und eben eine magnetische, die sogenannte Lorenz-Kraft. Und jetzt die Frage ist, wie sollen diese Kräfte aussehen? Was für Bedienungen müssen erstens diese Kräfte überhaupt erfüllen, damit eben diese Bewegung möglich ist, damit eben diese Ladung mit konstanter Geschwindigkeit V im Raum des Kondensators parallel zur Z-Achse gerade sich bewegen kann. Wir wissen aus der Mechanik, dass so eine gerade Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit V ist nur möglich, wenn die Summe aller Kräfte, ich benutze hier noch die vektorielle Schreiweise nach dem Newton'schen Gesetz, die aller Kräfte, die auf einem Körper, auf einer Punkt Ladung in diesem Fall wirken, muss eigentlich Null sein. Weil wenn die totale Kraft auf irgendeinem Körper verschieden von Null wäre, dann hätten wir mit einer Beschleunigung zu tun und in diesem spezifischen Fall, meine Punkt Ladung Q würde eine Ablenkung erleben und diese gerade Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit V wäre deswegen nicht möglich. So, eigentlich müssen wir jetzt die Kräfte anschauen, die tatsächlich in dieser Situation wirken und sicherstellen, dass diese Bedienung erfüllt ist. Und wie gesagt, es gibt nur zwei Kräfte hier. Es gibt eine magnetische Lorentzkraft und eine elektrische Coulomb'sche Kraft. Und die Summe aller dieser Kräfte muss tatsächlich Null sein. Und jetzt wollen wir sehen, ob das überhaupt möglich ist. Und wir wollen vielleicht das Problem in zwei Teile trennen. Wir schauen erstens die elektrische und dann die magnetische Seite. Jetzt, um das ein bisschen geometrisch auch zu behandeln, schlage ich vor, dass wir quasi das Problem aus der Perspektive dieser Z-Achse anschauen. So, wir setzen uns in diese Perspektive und können wir das Ganze so für uns vorstellen. Wir haben innere Mantel des Zylinders und dann äußere Mantel des Zylinders. Und wie gesagt, wir haben eine Menge von positiven Ladungen im inneren Mantel und eine Menge von negativen Ladungen im äußeren Mantel. Und wie gesagt, wir kennen auch vom Zylinder innere Radius RI und dann äußeres Radius RA. Das sind eigentlich Bekannte des Problems. Und eigentlich in der Fragestellung, RI ist als R1 definiert und RA ist als R2. Aber wir werden dann eigentlich das noch später diskutieren. Auf jeden Fall, wir haben so mit einem Zylinder zu tun, mit dieser Menge von Ladungen. Und wegen Zylinder ist prinzipiell ein Zylinderkondensator, wie alle Kondensatoren, sind Ladungsspeicherreservoir, also man kann Ladungen speichern. Und als Folge der Kapazität des Kondensators kann man dann im Raum des Kondensators auch eine elektrische Feldstärke definieren. Und aus der Geometrie des Problems können wir uns sofort überlegen, wegen der zylindrischen Symmetrie des Problems, dass wir hier mit einer radiale elektrischen Feldstärke zu tun haben. Tatsächlich können wir uns eine zylindrische Fläche im Raum des Zylinders überlegen und uns vorstellen. Wir betrachten eine weitere zylindrische Fläche. Und dann, wenn wir uns auf dieser zylindrischen Fläche bewegen, dann können wir sofort feststellen, dass wir immer die gleiche Situation beobachten. Deswegen oder wegen der zylindrischen Symmetrie. Man kann davon ausgehen, dass meine elektrische Feldstärke bei einer solchen Fläche, sagen wir so mit Radius R, ist überall gleich groß, also die Intensität ist gleich groß und muss auch radial sein. Wir können jetzt hier schreiben, dass meine elektrische Feldstärke radial sein wird und muss überall konstant sein. Das heißt, diese zylindrische Fläche ist gleichzeitig auch eine äquipotentielle Fläche des Problems. Wir wissen auch, dass wenn eine elektrische Feldstärke vorhanden ist im Raum des Zylinders, dann irgendeine Punktladung, die sich in diesem Raum befindet, erlebt dann eine coulombische Kraft. Und diese coulombische Kraft, können wir vielleicht das so vektoriell definieren, ist dann Q, die Ladung selber, mal die elektrische Feldstärke. So, wir sehen, dass hier haben wir von elektrischer Standpunkt aus auch mit einer sogenannten radialen Kraft zu tun. Und die Richtung der Kraft hängt schlussendlich vom Vorzeichnen der Ladung. Nehmen wir an, einfach heizhalber im Moment, um eben das Problem konkret zu beantworten, dass die Ladung positiv sei. Wir werden uns später fragen, ob das überhaupt eine Rolle spielt. So, wir haben mit einer positiven Ladung Q und da die innere Fläche positiv geladen ist und die äußere Fläche negativ geladen ist im Zylinder, dann die elektrische Feldstärke, die radial ist, hat diese Richtung. So, die elektrische coulombische Kraft wird radial sein und auch diese Richtung besitzen. Und jetzt können wir die magnetischen Komponenten des Problems anschauen. Wir wissen, dass bei einem langen Draht, ich kann vielleicht das noch separat skizzieren, wobei im Draht Strom I fließt, dann entsteht eine magnetische Feldstärke. Die Felllinien in dieser Situation, im Gegensatz zum elektrischen Fall, die eben radial sind, bei einem Draht, wo Strom I fließt, die Felllinien, die Felllinien des magnetischen Feldes, sind tatsächlich konzentrische Kreise, zentriert auf der Achse des Drahtes. Und wir wissen, dass das magnetische Feld überall tangent ist zu solchen Feldlinien. Und es gilt eben die rechte Anregel, wenn Strom in diese Richtung fließt, dann sind die magnetische Feldstärke, also vektoriell gesehen, tangent zu diesen Linien und sie zeigen im Gegenuhrzeigersinn. Das ist eben die Situation, die wir in der Vorlesung gesehen haben. Und natürlich habe ich hier von der Perspektive gezeigt, diese magnetische Feldstärke liegen auf einer Ebene, die tatsächlich orthogonal, also senkrecht steht, zur Achse des Drahtes selber. Und wir können hier sofort schreiben, die magnetische Feldstärke in Form einer magnetischen Flussdichte B, das ist die magnetische Konstante µ0 des Vakuums, mal Strom I, gedeicht durch 2 Pi und mal 1 über R. Wobei mit R bezeichnet man hier die Lage gegenüber der Achse des Drahtes selber. So, die magnetische Flussdichte, sprich die magnetische Feldstärke bei einem Draht, wo Strom I fließt, ist direkt proportional zum Strom, aber inversproportional zum Abstand vom Draht selber. So, wenn wir jetzt eine magnetische Feldstärke haben und wir betrachten in diesem Magnetfeld eine Punktladung Q, die sich mit einer Geschwindigkeit V bewegt, dann wissen wir, das haben wir auch in der Vorlesung diskutiert, dass auf diese Punktladung wird eine magnetische Lorentzkraft. Vektoriell gesehen, diese magnetische Lorentzkraft ist dann gegeben durch Q, die Punktladung, mal Vektorprodukt V mal B. Wobei B ist die magnetische Flussdichte, V ist eben die Geschwindigkeit der Punktladung. Und jetzt hier können wir auch ein bisschen die Geometrie des Problems anschauen, da wir mit einem vektoriellen Produkt zu tun haben und in der zylindrischen Symmetrie des Problems können wir sofort diese Kraft so schreiben, als Q mal V mal B. Tatsächlich mit dem Vektorprodukt müssen Sie mit der rechten Antregel arbeiten. So, der Betrag ist einfach Produkt von den jeweiligen Parametern Ladung, Geschwindigkeit und magnetische Feststärke. Weil alle Vektore, die hier im Spiel sind, stehen senkrecht zueinander. Man kann das so schreiben. Aber jetzt, wir müssen noch vom vektorellen Standpunkt aus die Orientierung dieser Kraft tatsächlich eruieren. Und eben, wenn Sie mit der rechten Anregel arbeiten, dann verstehen Sie, dass diese Kraft, diese Lorentz magnetische Kraft, auch radial ist. Das heißt, ich kann vielleicht jetzt hier in vorherige Zeichen so darstellen. Wir haben hier unsere Ladung Q. Dann haben wir vorher gesehen, dass das, die elektrische Feldstärke erzeugt, dann eine sogenannte coulombsche elektrische Kraft, die auch radial ist und in diese Richtung zeigt. Und wenn wir auch die zusätzlichen magnetischen Komponenten anschauen, das heißt, wenn wir die Tatsache betrachten, dass auf der Achse des Zylinders eben der Strom I fließt, mit dieser Orientierung, daraus folgt, dass die sogenannte Lorentz magnetische Kraft auch radial sein muss, aber eben entgegengesetzt gerichtet sein gegenüber die coulombsche Kraft. Das heißt, beide Kräfte, die elektrische und die magnetische Lorentzkraft, sind radial, also sind parallel zueinander und mit dieser spezifischen Geometrie und Orientierung des Stroms beide Kräfte sind entgegengesetzt. Und das ist tatsächlich die Bedienung, die ich suche und die erfüllt sein muss. Das heißt, beide Kräfte müssen nicht nur gleich groß sein, aber müssen auch in deren gegensetzte Richtung wirken. Damit können sie sich gegenseitig aufheben und dann diese allgemeine Bedienung aus der Mechanik, aus dem Newton'schen Gesetz erfüllt ist. Die Summe aller Kräfte, die hier im Spiel sind, die elektrische und die magnetische Kraft, ist tatsächlich null. Sodass für die Ladung Q ist sicher möglich, dass diese Ladung Q sich mit der konstanten Geschwindigkeit V parallel zur Z-Achse, also gerade, sich bewegt. Hier haben wir natürlich die Situation angeschaut, wo wir vorausgesetzt haben, dass die Ladung Q positiv sei und wir haben auch einfachheitsalber die Situation betrachtet, dass der Strom I in diese positive Z-Achse fließt. Wenn so ist, diese Bedienung ist vollständig erfüllt. Beide Kräfte sind entgegengesetz gerichtet und wenn wir I so einstellen, dass die Lorentzkraft auch im Betrag gleich groß ist als die Coulomb'sche Kraft, dann haben wir eine totale Kraft auf diese Punktladung Q, die Null ist. Die Antwort zur ersten Frage des Problems ist, dass bei einer Punktladung Q, die eben gerade mit der konstanten Geschwindigkeit V im Raum des Zylinders sich bewegte, dies ist tatsächlich möglich, so eine experimentelle Verstellung ist möglich, wenn der Strom I fließt parallel, also in der gleiche Richtung wie die gerade Bewegung der Ladung selber. Dann so etwas ist erfüllt. Jetzt, man könnte sich fragen, was wäre es, wenn wir Q negativ gewählt hätten? Ich habe gesagt, am Anfang habe ich so einfach als positiv vorausgesetzt. Wenn wir jetzt Q negativ wählen, dann beobachten wir sofort, dass beide Kräfte bleiben radial, also parallel zueinander, aber beide Kräfte werden die Richtung umkehren. Nicht nur die Coulomb'sche Kraft wechselt die Richtung, aber auch die Lorentz-Kraft, sodass diese Bedienung tatsächlich immer noch erfüllt ist. Wir sehen, dass die Ladung selber Q und besonders das Vorzeichen der Ladung Q spielt überhaupt keine Rolle. Was wichtig ist, ist, dass der Strom I muss in die gleiche Richtung fließen, also parallel wie und zur Geschwindigkeit V der Ladung selber, damit eben die totale Kraft Null ist. Das war eigentlich die erste Frage des Problems und zu diesem Zeitpunkt können wir tatsächlich eine kurze Pause einlegen, bevor wir eigentlich konkret berechnen, wie groß muss dann I sein als Funktion der Geschwindigkeit V, damit überhaupt die zwei Kräfte, die entgegen Gesetzgerichte sind, auch gleich groß sind, damit beide Kräfte sich aufheben können.